VfB im Dialog, herzlich willkommen aus dem heiligsten aus der Kabine des VfB Stuttgart zum Kabinengespräch mit dem Cheftrainer, mit Taifun Korkut. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wir wollen in den nächsten 30, 40 Minuten den Trainer, aber auch den Menschen Taifun Korkut näher kennenlernen. Und dazu haben wir viele Fragen gesammelt von euch, von Ihnen, von den Fans, wobei tatsächlich die VfB Mitglieder am wissbegierigsten sind. Also von den Mitgliedern kam tatsächlich der Großteil der Fragen. Zum einen natürlich persönliche Dinge, die Sie über Taifun Korkut wissen möchten. Zum anderen aber natürlich dreht sich vieles auch ums Sportliche. Herr Korkut, jetzt steht ja erstmal das Länderspielwochenende an. Wie geht ein Bundesligatrainer da rein? Ganz entspannt, weil man einfach mal an einem normalen Wochenende durchatmen kann? Ja, entspannt auch für die Spieler vor allem, die hier sind. Die anderen, die unterwegs sind, natürlich mit ihren Ländern, dann haben natürlich nochmal einen anderen Druck. Aber wir hier versuchen die Zeit zu nutzen, um auch dann einerseits die Spieler, die vielleicht das ein oder andere kleinere Problem haben, denen die Ruhe zu geben und die anderen dann nochmal an den Sachen zu arbeiten, die wir noch weiterbringen wollen. Es ist etwas ruhiger, ja, aber trotzdem sind die letzten Tage sehr, sehr gut gelaufen bei uns. Die Mannschaft war, trotz dass wir kein Spiel am Wochenende haben, sehr, sehr fokussiert im Training und das zeigt auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ihre Bilanz beim VfB bisher beinahe makellos und viele haben an uns nicht mal direkt eine Frage gerichtet, sondern einfach eine Bitte geschrieben, nämlich eine Bitte um Entschuldigung. Nehmen wir für ganz viele mal eine. Alexander Frick schreibt zum Beispiel, freue mich sehr über Ihren und damit über unseren Erfolg. Nehmen Sie meine aufrichtige Entschuldigung an, nachdem ich bei Ihrer Verpflichtung mehr als skeptisch war? Ja, grundsätzlich muss sich niemand bei mir entschuldigen. Meinungen sind frei, jeder kann seine Meinung auch äußern. Letztendlich ist es schön, dass man dann auch einige Sachen widerlegen kann als Mensch und von daher freue ich mich jetzt einfach nur für den Verein und für die Mannschaft, dass wir jetzt im Moment in so einer Situation sind. Aber der Druck, wenn man als Trainer mitten in der Saison eine Mannschaft übernimmt, den stelle ich mir eigentlich schon richtig heftig vor. Und wenn dann obendrauf noch viele kritische Kommentare von Fans kommen, wie schafft man das, wie steht man das durch? Ja, man muss wissen zunächst einmal, dass der Druck eigentlich auch ein ständiger Begleiter in meinem ganzen Leben war. Ja, schon als Spieler, ich habe ja einige Stationen hinter mir, auch bei sehr, sehr großen Vereinen Fußball gespielt und da war er eigentlich immer so an meiner Seite und hat mich ab und zu auch geärgert oder beziehungsweise immer wieder an mir herumgemacht, musste ihn auch ab und zu mal ein bisschen wegschieben beziehungsweise unter Kontrolle halten. Von daher ist der Druck jetzt für mich nichts Neues. Wichtig war für mich einfach, dass ich in der Phase mich auf das Wesentliche fokussiert habe und das Einzige, was ich beeinflussen konnte, war die Mannschaft. Ich musste schnell die Mannschaft kennenlernen und dann da die richtigen Entscheidungen treffen und alles andere kann und sollte man auch, wenn man Bundesliga-Trainer sein will, ausblenden können. Und das ist mir dann auch im Endeffekt gelungen. Rüdiger Konzelmann hat eine Frage eingeschickt. Nach 17 Punkten aus sieben Spielen steht der Verein gut da. Können Sie das an einem Punkt Ihrer Arbeit beim VfB festmachen, der quasi auch vom ersten Augenblick an gewirkt hat? Solidarität in allen Bereichen. Innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Da war vom ersten Tag an Ruhe sehr viel Unterstützung, auch für uns Neue. Heißt für mich und für die zwei Co-Trainer, die dann dazugekommen sind. Wir kannten natürlich auch viele von den Mitarbeitern, das ganze Team um die Mannschaft herum. Haben alle sehr, sehr unterstützend gewirkt. Von daher war das für uns einfach, der Einstieg war dann einfacher und die Mannschaft hat dann relativ schnell auch verstanden, auf was es ankommt und hat es dann sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, das große Wort ist Solidarität. Und was haben Sie, will Bernd Funk wissen, was haben Sie den Spielern gesagt oder welche Worte waren dafür verantwortlich, dass die Spieler, dass die Mannschaft jetzt diesen Erfolg hat? Kann man das an Worten festmachen? Ja, zunächst einmal, all das, was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine. Das ist ja unser Wohnzimmer und im Wohnzimmer sollte man auch ein paar Geheimnisse haben. Was aber grundsätzlich wichtig war, dass wir, oder für uns wichtig war, dass wir die Stärken der einzelnen Spieler wieder in den Vordergrund gerückt haben und dass wir auch an die eigenen Stärken geglaubt haben, dass wir versucht haben, diese Stärken auch auf den Platz zu bekommen. Und das ist uns, glaube ich, in den letzten Wochen gut gelungen als Einheit und jetzt mal grob ausgedrückt, glaube ich, das war mit am wichtigsten. Thomas Heckel stellt die Frage, warum klappt es jetzt beim VfB mit Ihrer Philosophie und bei den Vorgängervereinen hat es nicht geklappt? Gut, ich, ja, das Glas ist jetzt nicht, es ist voller jetzt, aber es kommt auch immer darauf an, wie man so etwas sieht. Ich glaube, jede Situation war eine andere. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Die Ziele wurden eigentlich bei allen Vereinen erreicht. Ich musste in Hannover den Abstieg verhindern, das habe ich geschafft. Wir haben dann im ersten Jahr auch eine sehr, sehr gute Punktausbeute im ersten Kalenderjahr gehabt mit 48 Punkten. In Kaiserslautern musste ich eine komplett neue Mannschaft aufbauen nach den Abgängen und habe dann dort auch die Mannschaft in einem stabilen Zustand übergeben. Und Leverkusen war am Ende der Saison eine Aufgabe, die dann auch letztendlich mit dem Minimalziel, dem Klassenerhalt, erreicht worden ist. Von daher ist es immer auch eine Ansichtssache. Ich glaube, wir sollten auch grundsätzlich, das gilt nicht nur für mich, auch für alle meine Trainerkollegen, immer wieder die Situation gut einschätzen, in welchem Moment ein Trainer bei einem Verein übernimmt und was er dann auch leisten soll oder muss und dementsprechend dann auch urteilen. Herr Korkut schreibt Markus Mundorf auf Facebook. Wie viel Prozent des Erfolgs der letzten sieben Spieltage rechnen Sie sich selbst zu? Wichtig ist, dass jeder Prozentpunkte dazu gibt. Da gehöre ich dazu, da gehört jeder Einzelne, der um die Mannschaft herum ist, jeder Spieler dazu. Und wichtig ist, dass wir alle zusammen auf diese 100 Prozent oder vielleicht auch drüber gehen können. Und das haben wir in den letzten Wochen gemacht. Vor allem die Mannschaft, die natürlich den größten Anteil an der ganzen Sache hat, weil das sind die Hauptakteure bei der ganzen Sache, weil die sind auf dem Platz. Die entscheiden über das Ergebnis, die entscheiden über das Spiel. Wir alle sind Begleiter, versuchen zu unterstützen, Fans, Trainer, Funktionsstab, das ganze Umfeld. Und das ist auch unheimlich wichtig dann. Sie haben bestimmt noch nie ein Wortspiel mit Ihrem Vornamen gehört, aber spätestens jetzt kommt Timo Vogel um die Ecke und will wissen, wie fühlt es sich an, wenn man als Taifun über alle Gegner hinwegfegt? Ja, habe ich ein paar Mal schon gehört. Besser, wenn man sagt, das ist ein laues Lüftchen. Von daher, also ich kann damit leben, wenn der Wind stärker ist, wenn der Wind aber auch mir ins Gesicht bläst. Damit kann ich auch leben, weil das gehört einfach zu unserem Job dazu. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn wir mit starkem Wind auf dem Platz sind und wir dann die Ergebnisse erzielen. Wir wollen auch über die Person Taipuno Korkut mehr erfahren in diesem VfB im Dialog. Und deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen eine kleine Speed-Dating, eine Kennenlernrunde machen. Also kurze, schnelle Fragen mit der Bitte auch um kurze Antworten. Los geht es mit der Frage Schwätzle oder Maultasche? Maultasche. Anzug oder Trainingskleidung? Anzug. Offensiv oder defensiv? Beides. Schlossplatz oder Bärensee? Auch beides. Okay. Fernsehturm oder Wilhelma? Wilhelma. Crow oder die Fantas oder... Oh, da muss ich aufpassen. Alle zusammen. Alle zusammen. Couch oder Spaziergang? Couch. Echt? Ja. Ich relaxe sehr, sehr gerne. Wenn ich dann noch meine drei Kinder im Arm habe oder um mich herum habe, ist das auch für mich Entspannung. Ich muss nicht unbedingt immer einen Spaziergang machen. Gut. Viertele oder Radler? Ja. Rotwein eigentlich. Durch meine Zeit auch in Spanien. Das hat mich einfach geprägt dort. Ein guter Rotwein. Aber das gibt es ja hier auch. Das gibt es auch. Also spanisches Viertel können wir auch gelten lassen. Kochen oder Essen gehen? Essen gehen. Mit guter Gesellschaft aber. Ansonsten lieber zu Hause dann. Sitz oder Stehplatz? Ich bin als Jugendlicher sehr viel gestanden. Das Geld hat nicht gereicht für mehr. Von daher, ich stehe auch sehr, sehr gerne. Zu Hause oder auswärts? Im Moment, wenn man es auf unsere Mannschaft bezieht, beides. Wichtig dabei ist, dass wir die Unterstützung haben. Und da habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass wir zu Hause und auch auswärts von unseren Fans super unterstützt worden sind. Von daher beides. Und zum Schluss, Stuttgart oder Istanbul? Gute Frage. Kommt drauf an, wann. Okay. Dann nehmen wir jetzt. Jetzt würde ich langsam in Richtung Istanbul tendieren, weil das Wetter wird wieder besser. Dort und wir sind direkt am Meer einfach. Aber ich fühle mich auch sehr, sehr wohl. Ich bin ja hier aufgewachsen. Von daher ist Stuttgart auch eine Art Heimat für mich. Und bei uns wird es jetzt auch bald wieder wärmer. Für die, die ihren Hintergrund nicht kennen, türkische Eltern in Deutschland aufgewachsen, haben dann in der Türkei und in Spanien als Spieler gespielt, sind auch mit einer Spanierin verheiratet. Welche Sprache wird eigentlich im Hause Korkut gesprochen, auch gerade mit den Kindern? Also Schwäbisch noch nicht. Die Kinder sind noch am sich daran gewöhnen, weil die letztendlich im Norden ja aufgewachsen sind. Da wir uns lange in Hannover auch gelebt haben. Aber die sind dann schon nach ein paar Tagen gekommen und haben gesagt, bisle. Das war so das erste Wort, was sie dann in der Schule mitbekommen haben. Aber ansonsten ist es, ja, ich mit den Kindern nur Deutsch, meine Frau nur Spanisch. Und die Kinder mittlerweile mischen die, die Sprachen. Aber es geht einfach darum, dass wir dann auch dadurch eine klare Trennung haben und die Kinder, die die Sprachen, dann auch besser lernen. Und die sprechen im Moment vier. Mein Sohn ist jetzt sogar bei der fünften Sprache. Von daher ist es natürlich für die Kinder super. Und können Sie besser Spanisch oder Ihre Frau besser Deutsch? Meine Frau spricht Deutsch, spricht aber auch sehr, sehr passables Türkisch. Ja, ja, ich denke, ich spreche besser Spanisch wie Sie Deutsch. Weil Deutsch ist nicht so einfach, um es perfekt zu sprechen. Worte wie Fleiß, harte Arbeit, Disziplin. Das scheint für Sie, was man bisher so mitbekommen hat, auch eine große Bedeutung zu haben. Womit wir wieder beim Schwäbischen sind. Sind Sie ein Schaffer? Ja, man bekommt ja Werte einerseits mit in der Stadt oder in der Kultur, in der man aufwächst und andererseits natürlich von der Familie. Und meine Eltern sind ja hierher gekommen, um nicht Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten, um sich etwas aufzubauen. Dann noch die Kombination, dass Sie im Schwabenland gelandet sind damals, erhöht natürlich das Ganze. Und ja, wir sind mit diesen Werten aufgewachsen. Und die sind mit Sicherheit, die stecken in mir drin. Sie haben auch kürzlich das Brutteln als Erfolgsrezept, eines der Erfolgsrezepte der Schwaben bezeichnet. Können Sie auch ein Bruttler sein? Ja, mit mir selber auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich in den letzten Jahren gegenüber anderen nicht etwas entspannter geworden bin. Aber für mich selber ja, weil es einfach auch eine gewisse Selbstmotivation ist für mich, um einfach noch besser zu werden und das Beste rauszuholen. Aber ich glaube auch, das Brutteln kann pushen. Und man muss einfach damit zurechtkommen. Aber ich glaube, es gehört hier dazu. Und deswegen gibt es auch so viele erfolgreiche Unternehmen in der Stadt. Sie haben über Mario Gomez gesagt, dass er in sich selbst ruhe. Mario Gomez hat dann über Sie gesagt, dass er Ihre klare, ruhige, selbstsichere Mannschaftsführung sehr schätzt. Wie würden Sie selber Ihre Führung der Mannschaft beschreiben? Am besten können es die Spieler bzw. die Menschen, die um mich herum oder mit mir zusammenarbeiten, beurteilen. Das ist schon mal klar. Aber ich habe natürlich auch schon gewisse Ansätze. Ich habe für mich selber, ist klar, dass auf Worte Taten folgen müssen, dass ich Regeln muss man haben in einer Mannschaft, im Leben sowieso. Und trotzdem aber einen individuellen Umgang mit den Personen. Ja, kommunikativ muss man sein. Trotzdem muss man da auch aufpassen, inwieweit man zu nah an die Menschen herantritt, welche Distanz man aufbaut. Da gibt es viele Sachen, an die ich mich halte. Und die helfen mir auch dann in der täglichen Arbeit. Wir haben ja vorher in diesem Speed-Dating schon mal diese Frage gehabt, eine Anzug- oder Trainingskleidung. Dazu fragt Christoph Rinker, was muss passieren, dass Taifun Korkut nicht mit dem Anzug an der Seitenlinie steht, sondern mit einem VfB-Trainingsanzug? Da muss ein Taifun wehen. Also da muss ein starker Wind da sein, dass mich jemand vom Anzug trennt. Ist das einfach Ihr Stil? Das gehört zu mir. So wie vielleicht ein Trainingsanzug zu einem anderen Trainer gehört, beziehungsweise zu ihm passt. Ich für mich, glaube, repräsentiere auch hier einen großen Verein. Und ich glaube, dass das einfach für mich das Beste ist. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht bewerten, wie es andere Kollegen machen. Da muss sich jeder selber wohlfühlen. Ich fühle mich wohl in dem Anzug. Und das ist das Allerwichtigste. Gibt es bei Ihnen ein Ritual vor jedem Spiel? Möchte Patrick Splittgerber und Patrick Füll wissen? Ja, ein Ritual eigentlich nicht. Habe ich aber auch als Spieler nicht gehabt, sodass ich vielleicht mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß oder solche Sachen eigentlich nicht. Da bin ich sehr, sehr langweilig, wenn man es so bezeichnen kann. Ihre Entscheidung für den VfB, wie kam die zustande? Also was hat eine Rolle gespielt? Gab es einen entscheidenden Grund, warum nicht nur der VfB gesagt hat, wir wollen Sie, sondern dass Sie dann auch zugesagt haben? Ja, ich bin angerufen worden. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich erst mal einen Anruf bekommen habe, um ein Gespräch zu führen. Und dann auch die Art und Weise, wie das Gespräch lief. Ich habe mich mit dem Präsidenten und mit dem Sportvorstand getroffen. Und das Gespräch war sehr, sehr positiv. Und dann kriegt man auch so ein Gefühl für die andere Seite. Und das hat gepasst. Natürlich auch der Hintergrund, dass ich hier aufgewachsen bin, letztendlich in Anführungsweise meine Stadt das ist. Ich hier lebe. Und das alles zusammen war dann auch ausschlaggebend, dass ich nicht lange überlegen musste. Damit ist die Frage von Timo Haug, unseren Druck Rose, auch beantwortet. Warum sind Sie Trainer geworden, will Tobias Bernauer wissen? Was bedeutet der Beruf für Sie? Aus Leidenschaft. Und weil ich das am besten kann, in Anführungszeichen alles, was mit Fußball zu tun hat. Und es hat einfach mein ganzes Leben geprägt. Und warum soll ich mich dann verändern? Und auch irgendetwas machen, wo ich nicht die Erfahrung habe oder wo ich nicht die Sicherheit habe. Und im Fußball, wenn man Ex-Profi war, bringt man, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit. Einfach die Erfahrung, so eine Kabine zu kennen. Wie funktioniert so ein Verein? Oder wie funktionieren Vereine? Wie sind die Menschen im Fußballverein? Trotz alledem muss man natürlich auch den Beruf lernen. Es war ja nicht so, dass man direkt als Profitrainer wird, sondern da war ja auch ein langer Weg davor mit Jugend und dann Co-Trainer noch. Von daher ist es wichtig, dass man beides kombiniert. Welcher Trainer, fragt Simone Tobias, hat Sie in Ihrer Laufbahn besonders geprägt beziehungsweise beeindruckt? Mein erster Trainer bei Fenerbahce Istanbul, Carlos Albato Pereira, ein Brasilianer Weltmeister-Trainer gewesen. Danach Jogi Löw, auch im jungen Alter, schon welche Souveränität er in dem Alter hatte. Und dann natürlich auch Vicente Del Bosque. Aber ich hatte noch sehr, sehr viele andere große Namen mit Javier Clemente, spanischer Nationaltrainer gewesen, John Benjamin Toschak. Man nimmt überall was mit, aber diese drei waren vor allem in der Mannschaftsführung für mich sehr, sehr wichtig. Kurz mal nochmal weg vom Fußball. Ich bin gespannt, ob Sie die Frage überhaupt beantworten, welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Wenn Sie das jetzt verraten, dann ist die Hüte voll die nächsten Wochen. Ja, dann brauchen alle ein Flugticket, beziehungsweise müssen 1400 Kilometer fahren. Das Restaurant liegt in San Sebastian. In Spanien. Ja, und da kann man sehr, sehr gut essen. Ich glaube, das ist bekannt. Also von daher empfehle ich da eigentlich jedes Restaurant, aber da habe ich mein Lieblingsrestaurant, auch wenn ich nicht so oft dort bin. Aber da ist so die spanische Küche generell, die baskische Küche, wenn man es vielleicht noch detaillierter ausführt, ist eigentlich die Küche, die mir da sehr, sehr gut schmeckt. Also Steffen Ebert hat nach dem Lieblingsrestaurant gefragt. Patrick Marek möchte wissen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einen Job als Nationaltrainer eines Landes anzunehmen? Ich habe ja eine Erfahrung hinter mir als Co-Trainer und muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich saß sehr, sehr viel im Büro. Also es war in der Türkei. Genau. Und mir hat das Tägliche gefehlt, mir hat der Rasen gefehlt täglich. Und von daher war es eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich. Ich konnte viel reisen, habe mich auch viel weiterbilden können. Aber ich brauche den Umgang jeden Tag und ich muss jeden Tag auf dem Platz. Von daher bevorzuge ich es absolut, Vereinstrainer zu sein. Da passt doch direkt die Frage, wenn man quasi nicht im alltäglichen Geschäft ist und die Erfahrung mal gemacht hat, was man als Trainer, im speziellen Fall jetzt Sie, eigentlich so in Ihrer Freizeit macht. Admir Husi möchte das wissen. Nicht mehr sehr viel, außer Familie. Ich habe drei Kinder und die brauchen mich auch. Ich habe eine Frau, die sehr, sehr viel erledigt, sodass ich Ruhe habe. Das ist auch sehr, sehr wichtig für einen Bundesliga-Trainer, dass man nicht noch über den Tag hinweg immer wieder an die Familie denken muss. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann gehört meine volle Energie, die ich dann noch habe, vom Tag weg der Familie. Stichwort Fans. Florian Sieg möchte wissen, wie Sie es persönlich finden, also das Gefühl, wenn Sie als Trainer in der Mercedes-Benz Arena stehen, am Seitenrand und dann auf die Cannstatter Kurve gucken. Was fühlen Sie da? Energie. Energie. Was aber noch viel wichtiger ist, dass die Mannschaft die Energie spürt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen auch etwas geschaffen, dass die Verbindung sehr, sehr gut geworden ist zwischen den Fans und der Mannschaft. Und auch die Fans ein sehr, sehr gutes Gefühl jetzt im Moment haben, dass die Mannschaft wirklich alles dafür tut und auch wirklich immer wieder an ihre Leistungsgrenze geht. Und dadurch entsteht dann auch einfach so eine Verbindung. Und die haben wir im Moment. Die wollen wir weiterhin behalten. Aber wie gesagt, dafür gehören natürlich auch beide Seiten. und die Mannschaft wird da alles dafür tun, dass es so bleibt. Da Sie ja auch sowohl als Spieler als auch als Trainer sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht haben, passt vielleicht da auch die Frage von Cannstatt Kind, das ist der Twitter-Name, die Frage wurde über Twitter gestellt, wie Ihre Einschätzung zu den VfB-Fans ist. Also was macht die aus? Ja, neulich war ich gegen Frankfurt, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin in der Türkei. Ich glaube, alle wissen, was ich damit meine. Und das ist eigentlich das, wie ich mir das wünsche, weil ich glaube, der Fußball lebt von sehr, sehr viel von Emotionen und desto besser die Stimmung ist und vor allem auch die Fans da sind, umso mehr Spaß macht es auch den Spielern und allen, die dann damit zu tun haben. Und von daher halte ich, ich habe natürlich auch andere Erfahrungen gehabt in den Vereinen, in denen ich vorher gearbeitet habe, in Hannover, wo es auch da eine schwierige Zeit gab mit den Fans und weiß, wie wichtig das ist. Und von daher kann ich das gut einschätzen. Jetzt wollen wir noch natürlich auch über die aktuelle Saison und über die Ziele sprechen. Maurice Sträter möchte wissen, was ist Ihr persönliches Ziel mit dem VfB, bei dem Sie am Ende der Saison sagen, jawohl, das war eine gute Saison. Die Ziele haben wir eigentlich schon im ersten Gespräch mit den Verantwortlichen klar besprochen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind. dass es ein schwieriges Jahr werden kann. Das wusste jeder. Und es geht eigentlich nur um den Klassenerhalt. Und dass wir jetzt sehr, sehr nah dran sind und wir es so schnell wie möglich schaffen wollen, dieses Ziel zu erreichen. Und alles, was danach kommt, ist einfach ein Plus. Wir sollten uns nicht über dieses Plus zu viel Gedanken machen. Und klar kann ich die Erwartungshaltung nicht bremsen und Hoffnungen, was natürlich die Fans sich auch wünschen. Aber ich muss natürlich darauf hinweisen, dass wir nicht vergessen sollten, wo wir herkamen und wo wir vor sieben Wochen standen. Das ist jetzt im Moment eine schöne Momentaufnahme, auch für uns alle. Es freut mich auch für alle. Aber wir sind noch nicht durch und wir wollen jetzt schleunigst diese Punkte holen, damit wir auch dann Planungssicherheit haben für die Zukunft. Trotzdem denken natürlich, einige Fans auch schon ein bisschen weiter. Ich lese mal die Frage von Markus Schwenk, Christian Kubelka und Andi Uhl vor. Die haben alle drei mehr oder weniger die gleiche Frage. Denn wenn es so weitergehen würde mit den Punkten und der VfB käme ins internationale Geschäft, wären Sie dann froh drüber? Oder hätten Sie gesagt, eigentlich ist mir gesichertes Mittelfeld lieber? Wenn und käme. Das ist ein schöner Beginn von den Sätzen. Alles hypothetisch. Ja, absolut. Von daher, ich glaube, wir sind gut gefahren damit, wie wir die letzten Wochen angegangen sind. Und wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, dass wir da dranbleiben, dass wir wirklich jede Sekunde im Spiel, jede Minute im Spiel spüren. Und egal, wie schwierig es ist. Und für mich ist einfach nur wichtig, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die Mannschaft unheimlich konsequent oder auf diesem Weg im Moment ist. Und wir konzentrieren uns darauf, dass diese Konsequenz weiterhin zu sehen ist in jedem Spiel. Und alles andere, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, darüber mache ich, das ist mir zu weit weg. Darüber mache ich mir im Moment überhaupt gar keine Gedanken. Dann bin ich gespannt auf die nächste Frage, denn die hat auch eigentlich mit einem Zeitpunkt zu tun, der eher so Richtung Ende der Saison abzielt. Welches Mitspracherecht haben Sie bei der Kaderplan? Da geht es gar nicht um Mitsprache. Recht. Ich glaube, hier sind Wichtiges, dass wir erstmal unser Ziel erreichen und dann, umso schneller man Planungssicherheit hat, umso frühzeitiger kann man viele Sachen auch angehen. Und ich habe einen sehr, sehr regen und sehr, sehr guten Austausch mit Michael Reschke. Ich bin in alle Gespräche eingeweiht. Wir kommunizieren sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Aber wir haben uns ganz klar auf das Ziel gesetzt, dass wir erstmal die Punkte erreichen sollten, um dann an die nächsten Schritte zu denken. Wobei natürlich Michael da Profi genug ist und parallel schon an einigen Sachen arbeitet. Aber es ist, wie es ist, auch bei solchen Sachen, wenn man über Verpflichtungen oder über Veränderungen redet, ist es erstmal wichtig, dass auch die Spieler, die dann in Frage kommen sollten, wissen, wo der VfB nächster ist. Trotzdem wollen natürlich einige Fans Ihnen da auch Ihre persönliche Meinung entlocken. Ich kann Sie gar nicht alle vorstellen. Also diese Frage haben wirklich sehr, sehr viele gestellt im Hinblick auf die kommende Saison und mögliche Abgänge. Wie sollte der Kader aus Ihrer Sicht verstärkt werden und auf welchen Positionen sehen Sie Handlungsbedarf? Also zunächst einmal, man will immer eine Mannschaft verbessern. Das ist ja klar. Und wichtig wird sein, dass wenn jemand zum VfB kommt, dann muss er uns ein Extra geben zu dem, was wir jetzt im Moment in unserem Kader haben. Und von daher ist das unser wichtigster Punkt, den wir beachten werden. Aber letztendlich über Positionen jetzt zu reden oder über Zu- und Abgänge halte ich nicht nur für zu früh, sondern da werden wir uns auch noch bedeckt halten müssen, leider. Thomas Ecke schließt daran an und sagt, muss man Abgänge eigentlich einplanen? Also glauben Sie, dass sich die Mannschaft stark verändern wird? Ich hoffe nicht. Aber klar muss man mit allem, man muss vorbereitet darauf sein. Einplanen nicht, aber man muss vorbereitet sein, dass dann jemand um die Ecke kommt und plötzlich sehr, sehr viel Geld für einen Spieler bietet. Und wir haben ein paar Spieler, die mit Sicherheit auf dem Markt interessant werden können, einfach vom Alter und von der Leistung her im Moment. Aber das spricht ja dann auch wieder für den Verein, dass einiges richtig gemacht worden ist und einiges richtig gemacht wird. Aber ich bin mir da sicher, dass sich die Spieler jetzt hier auch sehr, sehr wohl fühlen und wir alles dafür tun werden, dass wir die Spieler dann behalten können. Gleich mehrere Fans beziehungsweise Mitglieder haben auch einen, ich nenne es jetzt mal Wunsch geäußert, natürlich als Frage verpackt, wie soll der aktuelle Trend, also ich nehme an, natürlich das erfolgreiche Spiel, wie soll dieser Trend saisonübergreifend konserviert werden? Kann man das überhaupt? Na, Garantien hat man für nichts. Aber man muss schauen, dass man nicht zufrieden wird. Zufriedenheit ist immer Gift, vor allem im Leistungssport und wir Menschen neigen dazu, generell nicht nur im Fußball, in allen Bereichen relativ schnell bequem zu werden, wenn etwas funktioniert. und da geht es darum, dass wir da gegensteuern, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das zeigt mir auch jetzt gerade diese Woche, diese Länderspielwoche, ist immer so ein Indiz dafür, inwieweit die Mannschaft vielleicht mal einen Gang runterschaltet in den Trainingseinheiten. Wir haben absolut nicht das Gefühl, wir haben ganz im Gegenteil das Gefühl, dass trotz allem die Mannschaft voll fokussiert ist und auch jeden Tag ihr Training voll durchzieht, also sich auch nicht irgendwie zurücklehnt und das sind gute Zeichen. Das zeigt eigentlich, dass die Spannung noch da ist und die wollen wir natürlich jetzt erhalten und hoffen, dass wir jetzt bis nächste Woche dann auch keine Verletzten haben und die Jungs, die dann zurückkommen, auch nicht verletzt zurückkommen, sodass wir mit null Zufriedenheit in dieses Spiel gehen können. Ein Name, den ich leider nicht richtig aussprechen kann, wahrscheinlich, aber er klingt thailändisch. Tan Bin Tran möchte über Facebook wissen, Herr Korkut, ist ein Transfer von Samy Khedira oder Leroy Sané für den VfB vorstellbar? Das sind Topspieler. Klar. So, wenn man Topspieler bekommen muss, da geht es dann auch nicht nur um Geld, weil ich bin überzeugt davon, dass wenn man in dieser Kategorie an Spieler rangeht, dass es da viel, viel wichtiger ist, auch für die Spieler, was ist sportlich geboten. und diese Kategorie von Spielern schaut natürlich auch darauf, ist der Verein international vertreten. Also wenn man in diese Kategorie denkt, müsste man sich international qualifizieren, am besten sogar die Champions League oder in der Champions League spielen. von daher so weit sind wir noch nicht, als Verein nicht und auch jetzt in unserer momentanen Situation nicht. Das ist alles Zukunftsmusik und da muss man hart auch dafür arbeiten, um da hinzukommen. Und wir sind nicht die einzigsten in der Bundesliga, die Schritte nach vorne machen wollen. Von daher müssen wir auch genau wissen, wo wir im Moment stehen. Kommen wir zu der Rubrik aus dem Nähkästchen, so könnte man sie nennen. Denn Heike Fischer hat eine ganz interessante Frage. Am Spielfeldrand sieht man die Cheftrainer während des Spiels oft wild gestikulieren und was reinrufen. Nehmen die Spieler im Eifer des Gefechts und im lauten Stadion das irgendwie noch wahr? Nehmen die die Anweisungen auf und haben Sie auch Blickkontakt zu den Spielern? Es kommt drauf an, in welchem Stadion man spielt. Das muss ich Ihnen so erklären. Manchmal kommt man an die Spieler heran, wenn man ruft. Manchmal geht es nur bis zur Hälfte. Also es ist immer unterschiedlich. Ich mache es so, dass ich sehr, sehr viel natürlich mit dem Kapitän, mit dem Christian Gentner kommuniziere, auch vorab manche Sachen mit ihm bespreche, um dann einfach nur mit einem Zeichen zu sagen, so jetzt stellen wir um oder wir ändern eine Position. Von daher ist es letztendlich schwierig. Ich glaube, am meisten Einfluss kann man hier drin nehmen in der Halbzeit, wenn die Spieler reinkommen, dass man dann nochmal an bestimmten Stellschrauben auch drehen kann. Aber an der Seitenlinie, ja, vielleicht mit den Spielern, die näher dran sind. Genau daran setzt Manuel Watzka an. Der fragt, mich würde es uns sehr interessieren, was während der Halbzeitpause hier in der Kabine so geschieht und was da auch so geredet wird. Wie läuft das ab? Tja, das ist auch wieder ein geheimnisvoller Ort. So viel kann ich nicht preisgeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Spieler dann natürlich hier drin sitzen und wir Ihnen erst mal ein paar Minuten geben, um runterzukommen. Weil man kommt dann rein, hat eine Halbzeit hinter sich, der Spielstand kann mal positiv, mal negativ sein und dann ist es auch mal wichtig, dass die erst mal runterkommen. Dann aber auch Ihnen einfach die Zeit geben, mal vielleicht auch ein paar Sachen untereinander zu besprechen. Das ist auch wichtig, weil letztendlich sind die Jungs auf dem Platz und müssen das regeln. Nach ein paar Minuten kommt dann der Trainer und hat dann auch noch ein, zwei Sachen zu sagen und dann geht es wieder auf den Platz und es wird dann versucht, etwas besser zu machen oder einfach auch das zu halten, was in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht worden ist. Kommt der Trainer, sagen Sie. Ich habe noch eine Frage zum Co-Trainer. Welchen Anteil an den ersten erfolgreichen Wochen beim VfB hat Steven Gerundolo? Vor allem hat er spezielle Aufgaben in Ihrem Team? Ja, ich habe ja zwei Co-Trainer mit Ilja Aracic und Steven Gerundolo. Ja, die haben natürlich auch unterschiedliche Aufgaben und sind beides Personen, die nicht nur vom Charakter her, aber auch einfach vom Fachwissen her enorm wichtig sind für mich und sind beide Ex-Fußballer, haben beide natürlich auch die Erfahrung, wie und was in so einer Kabine abläuft, haben beide in der Bundesliga gespielt, um auf Steven zu kommen. Natürlich auch sehr, sehr lange Kapitän in Hannover gewesen, bei 96. Auch Kapitän der amerikanischen Nationalmannschaft gewesen, viele große Turniere gespielt. von daher einfach auch eine unheimliche Erfahrung, die er dann auch weitergeben kann an die Jungs. Ilja auch, der Ilja Aracic auch Bundesliga gespielt. Dazu noch hier beim VfB schon in der Jugend gearbeitet, sehr lange, die U19 trainiert. Von daher auch die Zusammenstellung war so für mich sehr, sehr wichtig, damit wir auch eine gute Verknüpfung nach unten haben in den Jugendbereich. Und da haben wir auch mit Ilja jemanden, der die ganzen Personen auch schon kennt. Und von daher wir dann kurze Wege haben und einfach die Personen sich untereinander schätzen. Und das sind die Gründe, warum dann beide an meiner Seite sind und absolut natürlich auch sehr, sehr loyale Menschen. Von den Trainern noch kurz zu den Spielern. Wir wollen da gar nicht einzelne rausgreifen, aber es gibt dann doch ganz, ganz viele Fragen, die im Prinzip oder ganz, ganz viele Personen, die ein und dieselbe Frage stellen. Nämlich, warum wird Anastasius Donis unter Ihnen nicht eingesetzt? Der Moment, beim ersten Spiel hat er ja gespielt. Und dann haben wir gewechselt. Und seitdem ist es einfach so, dass eine Dynamik aufgenommen hat, dass die Ergebnisse stimmen, die Mannschaft sich dann gefunden hat, zumindest mal die Startformation, das auch jetzt im Moment stabil wirkt. Also es hat keinen außergewöhnlichen Grund, dass er jetzt irgendwie schlechte Leistungen im Training bringt. Es ist einfach jetzt so, dass der Momentus da ist für die, die jetzt die Punkte geholt haben, aber wir ihn mit Sicherheit noch brauchen werden. Er hat eine Waffe mit seiner Geschwindigkeit. muss sich natürlich jetzt ein bisschen gedulden, wie auch der ein oder andere, der auch hinten dran steht. Aber wie gesagt, das ist Profifußball und da gehört auch ein gesunder Konkurrenzkampf dazu. Ich denke mal, ähnlich lässt sich wahrscheinlich auch die Frage von Bastian Plocher beantworten. Warum wechseln Sie immer die gleichen Spiele ein und aus? Weil die Spiele so ähnlich laufen im Moment. Also wenn man sich unsere Spiele anschaut, die sind sehr, sehr eng. Wir sind dann in Führung und müssen das Spiel durchbringen und im Moment, wie gesagt, ist für uns das Allerwichtigste, dass wir die Punkte machen, weil das uns einfach Ruhe gibt, um den nächsten Schritt zu machen, um den Prozess einzuleiten der Entwicklung. Und da ist es dann so, dass man dann auf das Bewerte dann einfach setzt, weil warum sollen wir irgendetwas verändern, wenn es funktioniert? Genau daran knüpft jetzt Stefan Jenne an. Er sagt, werden denn andere Systeme stattfinden, beziehungsweise wird es Rotationen geben, sobald der Klassenerhalt sicher ist? Ja, ich weiß nicht, ob man das so an diesen Systemen aufhängen sollte. Die bewegen sich dann irgendwann mal. Egal jetzt, welche Grundordnung auf dem Platz ist, ob es ein 4-4-2 ist, 4-3-3 oder jetzt ein 5-3-2, das ist ja letztendlich, wenn der Ball dann mal rollt, dann bewegen sich die Spieler auch. Für uns war es einfach nur wichtig, dass wir versucht haben, die Stärken der Spieler auf den Platz zu bekommen und dann auch wirklich geschaut haben, wie können wir die Stärken von dem einen vielleicht durch einen anderen noch ein bisschen in den Vordergrund bringen. Und das war auch bei der Entscheidung sehr, sehr wichtig, wer in der Startelf ist. Und da haben wir ein paar Entscheidungen getroffen, die dann ineinander gegriffen haben und man hat gesehen, dass wir auch jetzt als Beispiel für Mario Gomez, er braucht einfach die Bälle in die Box, er braucht in den Strafraum, die Bälle müssen reinkommen, weil Mario ist da einfach, da ist seine große Stärke und dann versuchen wir dann über die Seiten zu spielen, auch mit vielen Spielern zu spielen, die dann auch flanken, die zwingen wir auch dann dazu oder fordern das auch immer wieder ein. Und mehr ist es eigentlich nicht, einfach die Stärken des Spiels auf dem Platz zu bekommen. Wir sind schon sehr gespannt auf dann das kommende Heimspiel in einer Woche, dann geht es gegen den HSV und da fragt Roland Geier, wie halten Sie die Spannung hoch, damit der Tabellenletzte im nächsten Heimspiel nicht unterschätzt wird? Wir sind mittlerweile, ich bin mir sicher, dass die Mannschaft auch demütig ist, sie weiß schon auch von wo sie kommt und was sie auch in den letzten Wochen geleistet hat, das dürfen wir nicht unterschätzen, da waren sehr, sehr viele schwierige Spiele, nicht nur körperlich, auch mental dabei und gegen sehr, sehr gute Gegner und sie weiß aber auch, dass wenn sie zusammenhält, dass sie dann sehr, sehr schwer zu schlagen sind und diese Spannung hat die Mannschaft jetzt auch selber entwickelt und die gibt uns nicht das Gefühl, dass da jetzt ein Schritt nach hinten gemacht wird oder jetzt mal langsam getan wird. Ich habe eher das Gefühl, dass wir wirklich diesen Weg konsequent jetzt fortführen und die Spieler wirklich auch dieses Ziel mit aller Macht erreichen wollen und das so schnell wie möglich. Und welche Bedeutung hat dieses Heimspiel gegen den HSV? Stichwort, ist der VfB bei einem Sieg durch? Ja, wenn man jetzt die Historie der letzten Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre man zurückgehen muss, sollte, denke ich, wenn man dieses Spiel gewinnen sollte, dann hat man 40 Punkte. das müsste, auch wenn es jetzt noch rechnerisch vielleicht noch nicht ganz klar ist, müsste reichen. Von daher ist es jetzt der schnellste Weg, um anzukommen, der kürzeste Weg, um anzukommen. Es ist ein Heimspiel. Trotz alledem wissen wir, dass wir ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen Köln hatten. also die Erwartungshaltung hat sich natürlich jetzt gedreht und man denkt dann so, ja, die schlägt man so beim Vorbeigehen. Aber es gibt in der Bundesliga, gibt es keine einfachen Spiele. Das sollten wir nicht vergessen und das weiß die Mannschaft auch. Von daher müssen wir eine Top-Leistung bringen, genauso konzentriert sein wie zu Hause gegen Leipzig, um wenig zuzulassen und genügend Chancen zu kreieren, um das Spiel zu gewinnen. Wir werden das verfolgen nächste Woche in der Mercedes-Benz-Arena, dann Heimspiel des VfB gegen den Hamburger SV. Wir wünschen Ihnen und der Mannschaft alles Gute und bedanken uns für das heutige Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Das war VfB im Dialog, im Kabinengespräch mit Taifun Korkut. Wenn Sie die Länderspielpause nutzen möchten und nicht auf den VfB verzichten möchten, morgen spielt der VfB 2 auf der Waldau gegen Astoria Waldorf. So rum ist es richtig, sind Sie auch dort? Ja, ich werde dort sein. Wichtiges Spiel, aber auch für mich immer wieder die Möglichkeit einfach zu schauen, was passiert so im unteren Bereich bei uns und da sind ja auch interessante Spieler dabei. Also, morgen VfB 2 gegen Astoria Waldorf auf der Waldau. Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.